Die Arbeit im Kirchenvorstand ist für mich persönlich sehr wichtig, weil man nah an den Leuten ist und man trifft Entscheidungen, die die Gemeinde und auch einen selber unmittelbar betreffen. Und man entscheidet sozusagen, welchen Weg die Gemeinde geht. Daher ist das Gremium für mich sehr wichtig und auch nicht mehr wegzudenken.